So, dann fassen wir mal zusammen. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Ich mache mal eine kleine Zusammenfassung, habe mir die letzte Zeit ziemlich flach gelegen. Aber jetzt gibt es so viele Apple News und wir starten direkt mal hier mit 12.2, also iOS 12.2. Ja, das ist jetzt nämlich da, jeder kann es sich runterladen. Also die Beta-Zeit ist rum, 12.2 gibt es jetzt hier für jeden. Ich habe es auch schon installiert auf meinem iPhone 10 und wir schauen mal kurz über die Werte drüber. So groß war das Update, wenn man von 12.1.4 kam, 824,3 Megabyte. Und ich hatte vor dem Update frei gehabt 120,36 Gigabyte und hinterher hatte ich frei 120,7 Gigabyte. Das heißt, ein bisschen Platz habe ich hier wieder dazu gewonnen. Und meinen guten Freund, das Animoji-Hai-Gesicht habe ich dazu gewonnen. Also das ist doch schon mal eine schöne Sache, denn ich werde hier nicht nochmal komplett durchgehen, was es alles Neues gibt. Aber die neuen Animojis, die kann ich euch jetzt hier endlich mal so richtig auf meinem Gerät zeigen. Da gibt es natürlich zum einen den Hai. Und der ist, ja, den finde ich richtig schön, richtig nett. Der ist toll gemacht. Und der, ah, man kann sogar blinzeln, ich liebe das. Dann haben wir hier einmal die Giraffe. Auch die ist sehr schön und sehr nett. Insgesamt sind es ja vier neue. Dann haben wir hier noch die Eule dabei. Ja, auch ganz nett. Und noch das, was ist denn das? Bartenschwein oder Wildschwein oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall, das sind die neuen Animojis, die dabei sind. Und ich will gar nicht hier auf die ganzen kleinen Neuerungen eingehen, die hier so gekommen sind. Das könnt ihr euch alles in meinen Beta-Videos anschauen. Auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, ihr könnt das Update hier getrost machen. Da läuft alles schnell, flüssig, performant. Das war schon in den Betas so gewesen. Und 12.2 ist hier ein gutes Update. Aber wie gut, das habe ich mir natürlich nochmal angeschaut. Und zwar habe ich mal den Geekbench laufen lassen. Das hier sind auf dem iPhone C die Ergebnisse von 12.1.4, also 4.110 zu 10.457. Und das hier ist 12.2, 4.270 zu 10.529. Das heißt, wenn wir uns das mal genau anschauen, habe ich hier einen guten Performance-Boost bekommen. 160 Punkte im Single-Core und 72 Punkte im Multi-Core. Also es geht in die richtige Richtung. iOS 12.2 fühlt sich gut an, fühlt sich schnell an, fühlt sich echt fertig schon an. Also ladet euch 12.2 einfach runter, Freunde. Es ist eine gute Software. Da ist Apple ja schon seit im Januar dran am Arbeiten. Von daher ist soweit ganz gut ausgereift. Dann hat Apple letzte Woche ja Produkte vorgestellt. Ganz ungewöhnlich. Einfach alles auf die Webseite rausgehauen in den Apple Store. Unter anderem die AirPods 2 und auch das, ja, drahtlos Ladecase hier für die AirPods. Ganz interessant, aber naja, vom Preis her finde ich eher weniger interessant. Hier das Ladecase für die AirPods, das man auch nachrüsten kann, kostet 89 Euro, nur damit ihr Wireless Charging habt. Also für 89 Euro stecke ich gern noch ein Kabelchen unten rein. Und dann könnt ihr die auch ganz regulär kaufen hier. Die AirPods mit Ladecase, also die ganz normalen AirPods 2 für 179 Euro. Und dann die AirPods 2 mit kabellosen Ladecase für 229 Euro. Also meine Einschätzung, jeder der schon AirPods hat, braucht sich hier kein neues Modell zu holen. Wir warten einfach mal auf die AirPods. Ja, was wird denn das dann? Auf die AirPods 3, die wirklich dann eine Verbesserung bieten. Denn das hier ist ja nur ein kleines Update. Außerdem hat Apple hier noch die iMacs upgedatet, aber ja, allzu viel gibt es da nicht zu sagen. Bessere Prozessoren, Design, alles ist gleich geblieben. Und über die neuen iPads habe ich euch ja schon kurz berichtet. Hier das iPad Air, das jetzt mit 10,5 Zoll Display daherkommt. Und das neue iPad Mini 5, das einfach mit einem viel zu hohen Preis daherkommt. Also das ist die ganze Hardware, die Apple hier vorgestellt hat in der letzten Woche. Allerdings gab es kein AirPower. Es gab keine neuen iPod Touch. Also ob die noch kommen oder ob das dann in der folgenden Keynote noch folgt. Die Gerüchteküche war ja voll davon, dass jetzt endlich AirPower kommt. Jetzt wo die AirPods kabellos ladbar sind, aber irgendwie kommen sie da nicht zu Potte. Womit sie aber zu Potte gekommen sind, ist hier die Keynote, die gestern war, das Apple Event. Und da ging es ja wirklich nicht hier um Hardware, sondern rein um Services. Aber Apple hat ganz ordentlich zum Angriff geblasen auf Netflix, Steam und auch auf PayPal. Denn sie haben unter anderem vorgestellt Apple TV Plus, ihr neuer Streamingdienst. Und da haben sie einen Hollywoodstar nach dem anderen auf die Bühne gezogen. Jason Momoa und Schlag mich tot, wer noch alles da war. Und auch Regisseure wie J.J. Abrams oder Steven Spielberg. Also da war eine ganz große Geschichte. Und die haben alle ein bisschen ihre Produkte vorgestellt, die sie schon da produziert haben für den Streamingdienst. Ja, preismäßig ist da noch nichts bekannt. Und ob der nach Deutschland kommt, ja, im Laufe des Jahres. Aber wie viel der Spaß kosten wird, das weiß man eben noch nicht. Dann kommt im Herbst Apple Arcade, wo sie 100 Spiele vorstellen in einem Abo-Dienst, die speziell entwickelt wurden dann für diesen Apple Arcade-Dienst. Und da hat Apple wohl den Entwicklern unter die Arme gegriffen und mit denen zusammengearbeitet, damit dort dann eben diese Exklusiv-Spiele entwickelt werden, die man dann auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac spielen soll. Und die sollen sich dann auch immer synchronisieren, sodass man spielen kann, wo immer man möchte. Leider gibt es auch hier zum Preis noch gar keine Infos, außer, dass es eben im Herbst kommt und Preise werden später bekannt gegeben. Da gibt es auch Apple News Plus, also dass man jetzt auch bei den Apple News, die wir in Deutschland immer noch nicht haben, von daher uninteressant, kann man jetzt auch Zeitschriften abonnieren zum Beispiel. Und auch ein paar andere Geschichten, aber naja, für uns eher uninteressant. Und dann gibt es auch die Apple Card, eine Kreditkarte von Apple mit Cashback-Funktion. Die Kreditkarte kann man sich einmal als, ich glaube, Platinkarte in Metallform kann man die bekommen oder natürlich in Apple Pay dann drin haben. Und dann gibt es eben diese Daily Cash-Funktion. Das heißt, wenn man einkauft, je nachdem, wo man einkauft, gibt es zwischen 1 und 3% Cashback, die direkt dann nochmal zurückfließen. Und das ist eine ganz interessante Sache. Und da sieht man auch, dass Apple ziemlich aggressiv in den Payment-Markt vorrücken will. Und das soll es dann gewesen sein, Freunde. Eine kurze Zusammenfassung von mir. Also macht ruhig das iOS 12.2 Update. Das scheint alles ausgereift und gut zu sein. Die Betas waren schon prima. Ich freue mich schon auf die neuen Betas zu 12.2.1 oder was auch immer da kommen wird. Und ich halte euch natürlich hier auf dem Laufenden. Also bis dahin macht es gut, euer mir Applecat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.